Hi Jonathan! Hi, ich habe schon das letzte Mal ein Video von dem Gerät, das ist ziemlich viral gegangen. Hast du Lust, noch ein Video zu drehen? Ja, Mr. K, aber was würdest du dazu sagen, wenn wir der Dame ein bisschen spenden? Wer denn? Die da hinten. Ja, können wir machen, das ist eine super Idee. Komm, lass die mal fahren. Hallo? Dieser junge Mann will für Sie etwas Musik spielen und danach das ganze Geld, was reinkommt, ist für Sie, ok? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Ich habe schon aufgerastet, müssen weinen ein Billig, das ist eine ganz-Gültige, deinem Liste! Untertitelung des ZDF, 2020